Hi Leute und herzlich willkommen zum Ankündigungsvideo für den nächsten Goat Talk und zwar wird der nämlich am kommenden Mittwoch, den 12.06. sein und von 20 bis 21 Uhr und das Thema wird Motivation sein und Gäste habe ich mir natürlich auch schon wieder aufgetrieben und zwar haben wir die Co-Moderatorin, die Kami Katrin und dann haben wir den Viruswelt und den Movitech TV und die Serpent Satya ich habe alles auf die Reihe gekriegt um diese Uhrzeit, unglaublich und außerdem werden noch Leute von euch dabei sein also ein oder zwei Leute von euch, das muss ich mir noch überlegen macht mir doch einfach mal ein Bewerbungsvideo wenn ihr das denn noch schafft, wenn ihr die Motivation noch habt wenn es euch zu kurzfristig ist, weil ich dieses Mal so spät dran bin könnt ihr mir auch einfach mal eine Privatnachricht auf den Kanal schicken also YouTube und dann können wir drüber reden aber mit einem Bewerbungsvideo würden eure Chancen natürlich steigen ich meine, ihr braucht euch ja bloß vor die Webcams setzen ja, so viel von mir Thema Motivation also Motivation auf YouTube-Videos zu machen beziehungsweise überhaupt auf YouTube aktiv zu sein und das war's schon mal ich freue mich dann, wenn ihr wieder fleißig in den Kommentaren dabei seid und wenn ihr jetzt ganz viel Motivation habt, dann könnt ihr dieses Video sogar noch teilen und ich freue mich schon auf die Kommentare weil das ist echt immer das Coolste und ja, auf einen neuen Go-Talk diese Woche mit ganz viel Motivation bis dann Leute, ciao!